Die getarnte Kamera in der Tischuhr überzeugt mit Full-HD-Auflösung und einer einfachen Bedienung. Es gibt drei Schalter, einen für die Endlosaufzeichnung, einen für die Nachtsicht und einen für die Wahl zwischen bewegungsaktivierter und dauerhafter Aufnahme. Micro-SD-Karte reinstecken, Kamera mit dem Netzteil verbinden und mit der Power-Taste dann einschalten. Die LEDs zeigen an, dass das Gerät an ist und dass eine Aufnahme läuft, in dem Fall eine dauerhafte Aufnahme. Man kann die Kamera auch an einen Monitor anschließen, um das Live-Bild zu sehen und mit der Fernbedienung dann verschiedene Einstellungen vornehmen. Hier sehen Sie jetzt das Originalbild der Kamera. Im Anschluss zeigen wir Ihnen noch eine Nachtsichtaufnahme. Erwerben Sie das Produkt auf www.alarm.de 12. Vielen Dank.